Der Käpt'n ist da! Der Käpt'n! Er redet gut. Er redet gut. Okay, Freunde, herzlich willkommen zurück. Die letzte Folge ist die mit Flexo Gaming, als wir beide als Killer waren. Und lustigerweise, jetzt sind wir wieder die Killer. Aber zusätzlich habe ich die Poker-Runde gewonnen und hole mir jetzt meine Belongen ab. Der Ingenieur ist wahrscheinlich Imposter, der steckt direkt auf Leute ein. Da können wir den rauswerfen. Auf jeden Fall. Ja, das ist jetzt natürlich ein Zufall. Ist der Ingenieur jetzt direkt abgehauen, oder was? Nee, er ist da am Steuer. Er hat zuerst auf mich eingeschlagen. So, ich habe zweimal Kohle. Hallo, kannst du schon Quatsch? So, das nehme ich mit, weil das würde ich vergiften. Hast du, Klaus, meinen Posten? Oh, nee, sie dürfen wieder an ihren Posten. Das ist nett. Ich will das Schiff unbedingt mal gegen eine Wand sammeln. Das wollte ich ja gerade schon gemacht haben, beziehungsweise. Wird ihr die Folge seht? Wahrscheinlich gestern gemacht haben. Vielleicht kriege ich es ja in dieser Folge mal hin. Ich habe schon ein... Ich habe schon ein... Komm, schon geht kaputt, geht kaputt. Geht kaputt, du Schiff. Er steigt auf mich ein, den Wappenlager-Code. Die erste Ziffer habe ich schon eingetragen. Ach, Kacke. Hat nicht gereicht. Hat nicht gereicht, schade. Wart, wart, zerschlag ihn tot. Wart, leiten hin, blicken. Wer ist das? Der Scheiße-Injunieur. So, jetzt geht er kaputt. Ach so, weil es ist ein 8er-Spieler, ja? Äh, hey, Miles? Ja? Gehen wir mal weiter weg. Gehen wir mal weiter weg. Ja, ja, ich komme mit, ja. Ja, gut. Ich brauche noch Fleisch. Wenn du über den Marine sprechen möchtest, dann zähl mal. Nee, ich wollte einfach... Ja, sag doch mal. Alter. Ja, red doch mal. Ich spreche mit dem Miles, komm, sag mal. Alter, ich wollte einfach mit ihm ein bisschen weiter. Der raucht mich jetzt hier in der Fall. Damit wir das nicht mitwählen können, dann zähl mal. Das ist drei Fleisch, das müsste für das erste Mal reichen. Wir brauchen noch... Ich habe ein Knochen, das heißt, ich kann ein Totem bauen. Ach, guck mal da, der Kollege hat schon ein Totem gebaut. Hier ist noch ein Kohle drin. Scheiße, scheiße, Quack, Quack, Quack. Quack, 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 Nö. Wo, 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 wo. Hör nur Schrei und direkt vormittrauchten kann die Bahne auf. Ach, vor dir, ja. Ja, ich denke mir so, also, alter, ich dachte, die greift mich an, darum habe ich jetzt nicht gerufen. Ja, okay. Oh, guck mal, ich kann sie verbessern. Da war ein Schleifstein. Ich kann man damit nicht das Schwert upgraden, damit es noch gefährlicher wird. Ja, habe ich gerade gemacht, voll geil. Lass mal zurück zum Schiff. Das ist geil. Hast du noch Fleisch, sag mal? Du bist Zeuge, ich bin unschuldig. Wie finden wir denn jetzt zurück hier? Vielleicht vorne links kam irgendwo ein Stein. Vorne links, sagst du? Ja. Warte mal. Ja, da gehen wir dran vorbei. Rechts ist alles frei? Ich glaube schon, ja. Also, ich sehe... Wollen wir gleich, wenn wir am Stein vorbei sind? Äh, wir sind jetzt, wir sind vorbei, ja. Ah, da. Was sehe ich? Okay, jetzt weiß ich wieder, wo es zum Schiff geht. Ach, da. Ah, das Schiff ist da. Alter. Da, wir müssen, ich dachte, wir sind noch nicht so weit entfernt. Oh, das geht gut voran, Alter. Das könnten wir schaffen diesmal. Ja, das könnten wir schaffen diesmal. Das wird schwierig, das wird schwierig. Das wird ja wieder richtig kalt hier, ey. Du musst weiter vorne gucken, ich sehe immer noch nichts. Wie? Ich dachte, wir würden schon wieder stehen. Aber du hattest viel, viel frei vorne. Du hast noch die Grippe im Punkt dabei. Warte, 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 warte. Warte mal, ist das hier breakable? Also, wenn dann, müssen wir, glaube ich, richtig hart rechts. So, ich will das Ding hier noch vergessen, ne? Vergiftet, dafür brauche ich... Hey, koch, mach die Küche auf. Ja, ich will eben, ich will eben mein Essen kochen, bevor ihr das vergiftet. So, also, ihr sollt schon hier. Folk unserer Stimme. Folk unserer Stimme. So, ich will mal gucken, ob hier irgendeine Kräuter sind. Oh, dann bist du wahrscheinlich ins Wasser gefallen. Tja, da haben sie ein Crewmate weniger. Ah, ist das ärgerlich. Ja, das glaube ich auch. Das heißt, ciao, ciao, mit deinem Blut. Doof gelaufen. Hm, na, macht sie nichts. Ich möchte gerade meine Sünden beichten, ne? Flixo, mach mal bitte den, den, den den Ofen unten an. Oha, ich will nicht irgendwelche Messergeräusche. Hallo? Hast du Fleisch, wie war ich, oder? Ja, ich, ich, ich möchte beichten, ich möchte beichten, dass ich... Ich bin gespannt, wenn vielleicht irgendwas ist, ob der Captain, oder wie der heißt, uns hier Rückendeckung gibt. Hier geht's rein, hier ist dieses kleine Lager, da können wir jetzt mal gucken gehen. Was wir so bauen können, dann kann ich hier oben auch wieder die Totems hinstellen. Ein paar Eingreifen, der muss mal weg da hin. Nice. Oh, na gut, da kann man das vergiften. Hier habe ich doch auch gerade diese Pflanzen gefunden. Dann nehme ich das, vergifte das und stelle es wieder zurück. So, ein zweiter Schlüssel und noch ein Knochen, das wäre geil. So, werde ich hier wieder hier oben hin. Ich mache gleich mal die Kohle leer, weil ich denke, ich habe so einen kleinen Flashback. So, tipp. Die sind immer gut. Arzttasche. Uh, 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 ja. Ich brauche jetzt aber noch mehr, wenn ich beide vergiften will. Könnten wir dann, wenn wir Lust haben. Oh, warte, mach. Oh, nice. Hier war ja auch noch irgendwo Sprengstau. Ach, nur einer. Totem gebaut. Er hat auch noch mal eins gebaut. Schön. Ich kann einmal das Lowdown vergiften und einmal vielleicht ein bisschen Fleisch und das dann in die Webbank legen. Ich kann mal das Essen. Ah, cool. Ich kann sogar beides vergiften. He, 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 he. Dann gehe ich mal zurück aufs Schiff und lege das Fleisch und das Lowdown mal da hin. So. Jetzt gehen wir mal schnell. Uh, der darf sich sehen. Ach, da ist das Schiff, ne? Ich glaube schon. Einmal muss ablaufen. Aber nicht in der Nähe von denen. Bitte. Du musst mehr nach rechts. Okay, ganz. Ich bin draußen. Ja, wir müssen, ich glaube, Vollgas nach rechts, oder? Jo, mehr nach rechts. Ja, jetzt kannst du links, 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 vollgas links, sorry, vollgas links. Ja, ist dran, das dauert. Das ist ein Schiff, kein Auto. Warum nicht? Äh, die Leiche habe ich gerade wieder vorgeworfen, wo auch du das. Ja, ich sehe nichts mehr. Ja. Wir sollten anhalten, oder so? Ich habe noch Kohle mit. Wir sollten nicht reinschmeißen, nicht reinschmeißen. Läuft. Könnt ihr irgendwas sehen? Läuft. Gleich geht hier was hoch. Darf ich mal bitte ganz schnell da dran? Ganz, 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 ganz schnell. Nee, lasst Mais nirgendwo ran. Lexo? Ich bin auf Augen an. Ich will mir immer ganz schnell Fleisch machen. Nee, lass den sterben. Okay. Nee, was macht ihr? Mais war ewig lange. Oha, jemand hat abgeschlossen. Ich habe Nahrung gesammelt. Ich habe noch zweimal Kohle. Soll ich die schon reinschmeißen? Hallo, wir erfrieren hier draußen. Es ist ge... Bitte? Wir sind am Boden. Wolltest du uns gerade umbringen? Wo warst du eigentlich die ganze Zeit? Ich habe gefarmt. Ja, klar. Zeig uns mal. Nur zwei Kohle. Ja, da war oben war noch eine leere Kiste. Also eine volle Kiste. Es waren nur zwei drin. Nice, Rücken mal C. Habe ich? Habe ich? Heiß, drück mal C. Ja, klar. Hast du ein bisschen bestellt. Meinst du, warst ziemlich lange weg? Und du wurdest auch verdächtig in der Höhle gesehen worden zu sein? Ja, da oben habe ich ja die Kohle her. Ja, klar. Du bist so weit gelaufen wegen Kohle. Du bist verschwunden und dann kam die Zombies. Ja. Ja, aber ich war es nicht. Ich war in der vorherigen Runde. Oh ne, nicht schon wieder. Das heißt nichts. Doch. Nicht schon wieder. Oha. Wer war das? Hört's den Namen, Kämpfer? Der ist es, er ist es. Er ist es. Ja, er ist es. Das ist nicht sein Ernst. Schon wieder. Das ist nicht sein Ernst. Leute, zuck. Es kommt, wie er tot im Spahn wird. Egal. Ich habe ihn jetzt das vergiftete Fleisch da gelassen. Ich hoffe, das schmeckt dir. Da oben war noch ganz viel Holz, ne? Ich baue mich jetzt einfach in diese Hütte da oben ein. Vielleicht haben wir ja Glück. Oha. Ach du Scheiße. Ja. Oben hat das, er hat irgendwas gemacht. Oh, kann ich das nochmal verbessern? Boah, das ist ja übel. Das ist jetzt eine richtig overpowerte Waffe, die ich da habe. Sollte sich immer mit mir anlegen. Bleibbar und ich nehme sie einfach mal mit. Ich weiß nicht mehr, was alles gebraucht wird. So, mal eben gucken. Hier war doch auch ein Skelett. Ich mache die Kohle mal eben weg. Hier ist das Skelett. Schauen wir mal. Vielleicht sind wir noch ein Knochen. Ich bin weiteres Totem. Ah ja, wohl. So. Brauche ich jetzt. Kannst du meine Totem stehen lassen, bitte? Das wäre voll cool. Hallo? Hörst du mich? Ich glaube, er hat mich gehört. Ich glaube, er weiß, wo mein Geheimversteck ist. Das ist doof jetzt. Mal gucken, wie stark er das ist. Oh, zwei Schläge. Nein. Er hat mich nicht verraten. Er hat mich echt nicht verraten. Krass. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Danke dir, wenn du das Video siehst. Danke dir. Das habe ich mich nicht in die Pfanne gehauen. Eine Bombe zu bauen wäre jetzt natürlich noch mal endgeil. Was tue ich denn da rein? Ich nehme mal das Holz. Da brauchen wir jetzt im Prinzip nur noch Nägel. Hat uns nicht verraten. Das ist ja mal... Das ist cool. Denn wir haben ja zehnmal Sprengschießpulver. Könnten wir sogar zwei Bomben bauen. Also, Captain. Ich weiß jetzt nicht, wie man deinen Namen hier ausspricht. Aber du hast meinen Respekt. Dass du mich nicht verraten hast. Das habe ich gemerkt. So, dafür lege ich jetzt eine Bombe. Ähm, ist das nicht eins? Wir müssen etwas nach links. Ja, jetzt sehe ich nichts mehr. Weil, wenn wir zehn haben, kann ich einen davon. Ich habe zwei Bomben. Die will ich jetzt aufs Schiffs bringen. Hey, warte kurz. Gib mir eine davon. Gib mir eine davon. Hast du Kohle? Brauchst du Kohle? Falls ja, gib... Hast du eine Bombe? Falls ja, könnte ich es vielleicht... Könnte ich es vielleicht so als Tarnung machen. No joke. Ich könnte es so machen. So, hey, hey, Leute. Ich habe hier Kohle gefunden. Und dann schmeiße ich die Bombe aus Schiff. Und dann denken alle, ich bin dein Kompliz. Und dein Kollege kann alles machen, was er möchte. Das wäre cool. Aber ich kann es nicht abwerfen. Ich kann es irgendwie nicht auswählen. Siehst du, ich gehe meine ganze Leiste durch. So, wir gehen mal zum Schiff. Ich nehme jetzt einfach mal einen Stein mit. Geht's doof aus, aber irgendwie ist das anscheinend die einzige Möglichkeit, wie ich an die Bombe komme. So, ich hoffe, wir werden da jetzt nicht sofort gekillt. Er ist natürlich nett von ihm, dass er uns hier nicht verraten hat. Coole Sache. So, ich werde jetzt meinen Zauber, weil ich verbrauche. Oh, kacke. Jetzt müssen wir ganz dringend zum Schiff. Oh, das wäre jetzt ärgerlich, wenn wir sterben. Jetzt bin ich hier brauche. Ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen. Kann das sein? Ich war doch eben gerade auf dem Schiff und bin losgegangen und bin dann direkt wieder zurückgekommen, weil mir viel zu kalt war. Hilfe. Okay. Rückeramt. Macht ja nichts. Ist das dein Fleisch hier drin? Nee. Alle tot. Okay, die sind alle tot. Wir sind tot. Ja, das schaffen wir nicht mehr. Kann uns jemand auslösen? Oh nein. Oh nein, 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 nein. Ich glaube, da liegt ein Pulver fast unten drin. Ach du Scheiße. Ja, wir sind eh tot. Ich habe schon gelöscht. Wo ist einer drin? Help. Da. Du bist super alleine. Alter, ey. Wie löscht man das? Ihn gedrückt halten, wenn man dran steht. Okay, echt. Ich hatte gerade ein bisschen Panik geschoben, weil ich stand auf der ganz anderen Seite hier vorm Flur und ich dachte mir, das geht gleich hoch. Ich hatte nur einen Schlüssel. Tut mir leid. Der Captain ist da. Nein, Captain. Er rett. Ich habe noch einen Schlüssel. Er rett hier. Sag Captain, komm mit dir. Nein. Bitte. Danke schön. Kein Problem. Ach, stimmt. Schließ die Tür ab. Schließ die Tür ab. Leg mich ins Bett. Und lass mich laufen. Dann hast du einen gut. Nein, du stirbst. Du stirbst. Oh, komm schon. Ich habe mir Mühe gegeben mit zwei Bombenfässern. Mach das Wasser aus. Mach das Wasser aus. Nein, nein, nein. Lass es an. Bitte. Los raus da. Komm raus. Oh, Mann. Ja. What happened? Hallo, Pisa. So. Hallo. Oh, so viel Mühe gegeben. So viel ist hier drin. Kann mich jemand rauslassen, bitte? Naja, wir töten doch. Wir müssen wir das, also töten. Das wäre voll super von euch. Oh, danke dir. Dreck laufen. Der will mich umbringen. Töte dich. Verarsch. Töte dich. Wir töten die Töten, sonst kann er sich befreien. Naja, ich habe keinen Zauber mehr. Okay, bist du bereit? Scheiße, 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 scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Weil die ganze Tötens, die schon aufgefüllt hast. Los, Töten. Nein! Boah, fuck. Ich habe mich verklickt. Ich habe mich verklickt, ich Trottel. Ich habe mich verklickt. Ich wollte weg. Ich dachte, wir sind bereit. Hä? Oh, lol. Ich habe mich verklickt. Bitte. Ich habe mich verklickt. Lass mich in die Uhr. Gib mir doch eine Chance. Scheiße, ich kann nichts erkennen. Nein, hier. Okay. Da kommt Hilfe. Ciao. Scheiße. Ich kann mich jetzt nur nach hier oben verziehen. Zu meinem Geheimversteck. Zu meinem nicht mehr Geheimversteck. Ich brauche wieder Nahrung. Ey, ich glaube, ich... Oh, das ist jetzt richtig mies gelaufen. Zwei Bombenfässer. Ich wusste nicht, dass man die entschärfen kann. Oh, dumm. Komm bitte her. Irgendetwas stimmt mit Hasi nicht. Ach, so eine Kacke. Jetzt muss ich aufpassen, dass die mich hier nicht sehen. Oh, ich dachte, ich sehe es jetzt. Aber wir müssen gleich eigentlich gewonnen haben. Das ist nicht mehr lange. Das müsste jetzt sogar die letzte Nacht sein. Ich kann ja nochmal. Nett sein. Können wir mal einen Angriff losschicken. Guck mal hier. Den habe ich ja ganz übersehen. Hallo, mein Freund. Ja, ich bin mal gespannt, was da unser Kollege die ganze Zeit macht. Ich bin mal gespannt, wie das aus seiner Perspektive gerade läuft. Schon wieder jemand gestorben? Ja, ich bin hier im Schmerzen. Oh, sorry. Ich habe leider keinen Schlüssel. Ich habe den schon für die Jägerin verbraucht. Ich habe nur welche hier draußen. Direkt vor dem Schiff. Links, Bums. Direkt davor? Schiff fragt. Ja, das Schiff fragt. Links, dahinter direkt liegt mein Körper. Ja, ich gehe mal eben gucken. Danke. Wow. Danke dafür, Alter. Wie soll ich das denn jetzt finden? Ja, die haben mich jetzt natürlich ordentlich umgenietet. Und dass ich mich verklickt habe, hat die Sache jetzt nicht wesentlich besser gemacht. Ich wollte keinen Nebel machen, sondern ich wollte mich als Geist verwandeln und erstmal weg. Kannst du überhaupt was sehen, Alter? Ja. Du bist komplett gegen so ein anderes Schiff gefahren hier. Ja, ich muss aufs Schiff. Bringend. Ich muss mich schnell ins Bett legen und hoffen, dass sie mich nicht bemerken. Aber ich sterbe jetzt schon. Ich sterbe nicht auf mich. Oh ja, es ist echt. Oh Gott, ja. Oh nein. Das wird jetzt spannend. Ob die mich sehen im Bett? Ich war mal eben feier. Das ist aber die letzte Möglichkeit, die ich habe. Dann muss ich direkt Totems auf die Hetzen. Oh Gott. Ich muss ich dringend. Oh, kacke. Scheiße, ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich überlebe das nicht. Ich glaube so. Nein, ich überlebe das nicht. Ich hoffe, der schafft das. Oh, ist das bitter. Ich hätte noch einen Angriff losschicken sollen. Oh Mann. Das bringt dir nichts, ne? Ja, ich habe nur noch das Schiff, wenn der heilt. Das ist halt überhaupt getrunken. Ach ja, ich habe auch noch was. Aber das bringt auch nichts. Hallo? Ja. Jetzt habe ich sie immerhin noch mal auf mich gelenkt. Danke gleichfalls. Ja, aber trotzdem, was du gleich auf deinem App siehst, das wirst du nicht glauben. Kann ich beichten? Ja klar. Jetzt ja. Jetzt ja. Ich habe den Schmelz gefunden und dann zu sagen, der bitte, bitte nicht meine Totems zerstören. Wow. Eigentlich wirklich. Und ich wusste irgendwie, dass er Stufe 3 Kannibalen hat. Und dann habe ich gesagt, fuck it. Und ich habe es einfach gelassen. Oh, cool. Es war der Koch. Hat jemand eigentlich mein vergiftetes Fleisch gefuttert? Und mein vergiftetes Getränk? Nein, ich habe nur Fleisch. Schade. Das, weil ich hatte zwei Antigifte dabei. Aber es war der Koch. Ja, aber bitte Leute, bitte. Schon wieder vor allem. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Ich würde jetzt noch eine Runde mitmachen. Ich würde jetzt. Ich muss Schluss machen. Bitte schaut. Ich würde Schluss machen. Bitte schaut euch die Wiederholung an, was da gleich ist. Bitte. Schaut euch das einfach an. Okay, Freunde. Das war es erstmal wieder für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben. Da abonniert mich sehr gerne. Und ja, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Red handtack sein. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.